Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Noob spielt Smash Brothers. Ihr seht, ich bin im Online-Modus. Ich werde die wahrscheinlich sehr auf die Fresse kriegen. Aber seht selbst. Also, ich bin tatsächlich Anfänger. Boah. 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 Ah, verdammt. Es ist schwer, den Überblick hier zu behalten. Boah. Boah. Und schon wieder Astlein gerufen. Boah. Oh, das ist nicht gut. Aber er hat ein Ultimate daneben gehauen. Oh, erste Match geschafft. Und? Ich habe mein erstes Online-Match gewonnen und dann auch noch in der ersten Folge. Wie toll ist das denn, Leute? Ist kein Witz, ich habe noch nie in meinem Leben ein Online-Match gewonnen. Und jetzt gewinne ich mal eins. Alter Falter. Ähm, ja, ich würde gerne nochmal ein Match spielen. Vielleicht können wir noch eins zustande. Aber scheinbar haben die keine Lust. Ich habe schon mal den ersten, der beigetreten ist. Scheinbar wieder nur zu dritt dann. Kampf beginnt. Oh, Joker und Mars. Uh-oh. Verdammte Axt, ey. Ups, da habe ich schon mal die erste Niederlage kassiert. Aber ich bin auch sehr konservativ. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht gut bin in dem Spiel. Aber ich spiele es halt trotzdem unheimlich gerne. Oh, verdammt. Oh, die Stage ist zum Kotzen. Oh, das war's. Danke. Ah, schade. Boah, zwei Wege hintereinander Damit hätte ich jetzt nun wirklich nicht gerechnet Oh mein Gott, ey Ihr müsst mir verzeihen, ich bin wirklich nicht gut in diesem Spiel Ja, ich würde gerne nochmal mit denen spielen Ich hoffe, die bleiben drin Schade, die sind beide rausgegangen Ich würde aber auch gerne mal Den Charakter wechseln Kann man das hier irgendwie machen? Hm Keine Ahnung, ob das hier irgendwo geht Komm schon, ich würde gerne noch einen Kampf machen, Leute Wäre schön, wenn hier noch ein oder zwei Leute beitreten würden Einer ist schon dabei? Okay, dann bleibst du bei einem One on One scheinbar Gegen Ness Okay Drei Leben, drei Minuten Ah, verdammt Dr. Wily, der Penner Ah, da ist ja eine Ich habe noch Glück gehabt hier Ah, du Drecksau 2-2 2-2 Das hast du gut gemacht, du kleiner Pisser 1-2 2-3 2-3 2-3 4-5 Nein Scheiße, okay, so second up So, 1-1 Aber natürlich habe ich einen Nachteil Nicht getroffen Aber er mich, schade Aber gut, fürs erste Mal kann ich nicht klagen Hat er verdient gewonnen Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat gefallen, was ich hier gezeigt habe Ich glaube es zwar nicht, aber hey Lasst doch ein Like da Wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut, ciao